Braucht ihr eigentlich Spiele? Warum haben wir diese ersten Spiele gemacht? Ja, deshalb war es kein Test. Es ist ja kein Test, was wir hier spielen. Es ist eine Vokalrunde, wo es im sportlichen Sinn um Leben und Sterben geht. Da können wir nicht irgendwelche Tests absolvieren. Und totale Seriosität von allen Beteiligten einfordern. Der Trainer hat es wunderbar. Wir haben in der Spielvorbereitung in der Halbzeit gemacht, um als Erster dann zu sagen, gut, jetzt gehen wir in die Testphase. Das kann man nicht machen. Sebastian ist auf dem super Weg. Er trainiert sehr gut, ist wieder griffig. Ich glaube, dass er Vertrauen in den Fuß und den Körper wiederfindet. Er muss aber jetzt sehr, sehr gut arbeiten. Dementsprechend können wir hier keine Testphasen machen. Was ging dann schon noch nach dem langen Leben? Sie wissen ja genauso wie ich, wie lange das bisher ging. Wie unregelmäßig sein Trainingsrhythmus da in den Orden. Und wenn Sie mir ein adäquates Mittel erklären könnten, wie das schneller geht, dann werden Sie ein steinreicher Mann. Also nicht nur für Beine, sondern für den Fußball. Der Körper, der die Pausen hatte, muss natürlich die Möglichkeit haben, dann auch diese Defizite aufgrund der Tatsache der Verletzungen aufarbeiten zu können. Und wir alle wollen, dass das schnell geht. Aber manchmal kann man auch gewisse Dinge nicht beschleunigen. Also das wird der Trainer wunderbar beobachtet. Und mit dem Bastian gescheitert. Es gibt jetzt ungefähr einen Zeitplan, wann man wieder mit dem richtigen Alter kam. Wann er soweit? Also ich bin froh, dass er jetzt den Trainingsrhythmus und von der Art und Weise einen sehr, sehr griffigen Eindruck macht. Und meine Trainer und alle Beteiligten werden das beobachten. Und wenn es soweit ist, wird es soweit sein. Aber wir setzen uns dahingehend nicht unter Druck. Und ich glaube, dass wir auch den Bastian selber nicht unter Druck setzen können. Weil ja jeder meint, in dem Moment, wo er auf dem Spielfeld steht, muss das der Überflieger sein. Also wir müssen ihm auf diesem Weg auch ein bisschen sein. Noch ein kurzer Satz zu Sherdan Shaqiri. Jetzt hat er zu Bayern wohl endlich wieder ein Kunstschützen im Team. Wie fällt Ihre Bilanz zu seinem Spiel heute aus? Der hat es sehr gut gemacht. Der hat uns in der zweiten Halbzeit auch geholfen, zwischen den Linien, was Mittelfeld und Abwehr haben, für Entlastung, für Kreativität und auch für Tempo zu sorgen. Und das wird uns auch auf Dauer helfen. Und großes Kompliment. Man sagt immer, ein Einwechselspieler, der soll sich dann zeigen. Und dementsprechend hat er das heute eindrucksvoll getan. Bitte ebenfalls. Danke. 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 Danke.